willkommen zu einer neuen folge pokémon go und was soll ich sagen level 47 und mega rex blizzard komplett verkackt es tut mir leid ich habe das alles so gut vorbereitet ich hätte euch das alles gerne so schön gezeigt aber nein der ramses ist nämlich zweimal auf den kopf gefallen und das hat spuren hinterlassen ich war bei level 46 bei den aufgaben so weit dass ich 29 von 30 rates hatte und ihr wisst ja ihr müsst sechs verschiedene pokémon in ein team reinnehmen und damit 30 rates machen kein problem 29 von 30 hatte ich habe extra meinem korrespondenten in den usa bescheid gesagt weil es ja ausgangssperre ich kann jetzt nicht in die usa also hat mein korrespondenten in den usa mich jetzt eingeladen für einen regi ice rate klingt ganz vernünftig ihr werdet auch sehen ich habe jetzt eben einen regi ice rate gemacht über einen fan rate steht das noch da aus der ferne gefangen rate new york wunderbar super ein regi ice wir haben heute gestern wir haben samstag und sonntag regi ice rates gehostet für zuschauer die ganze zeit der ramses hat keinen einzigen regi ice rate gemacht der hatte von damals noch shiny ein gutes 98 hochgezogen wunderbar jetzt habe ich gedacht gerade für diese aufgabe mach doch auch einfach mal einen regi ice rate dann hast du deine 30 rates voll gesagt getan wunderbar alles gut geklappt grüße gehen raus an meinen usa korrespondenten klick klack ihr wisst bescheid und ja was hat gefehlt natürlich drei pokémon guck drei wie bei drachenlord drei pokémon auf level 50 pushen das war eine aufgabe an der ich die ganze zeit hier knabbert habe und habe gedacht oh du hast nichts ich habe das schon mal versucht zu zeigen alle leute haben gesagt nehmen doch taub sie wenn wir aber gucken taub sie 117 xl bonbons und 106 kann ich noch machen reicht nicht wir brauchen 296 andere sagen nehm doch horn liu nehm die ganzen trash pokémon horn liu aber bei horn liu seht ihr 154 xl bonbons und ich kann auch 110 machen das sind immer noch zu wenig reicht nicht was war also sinnvoll aktuell event pokémon nehmen und da gab es genau also eins hat nicht mehr dazu gehört jetzt muss ich mal kurz überlegen was hatte ich denn überhaupt genau seemobs seemobs ist ein event pokémon momentan die tauchen überall auf ihr konntet so viel seemobs bonbons farmen und alles drum und dran ihr seht jetzt hier natürlich nichts warum weil ich ja gerade für das video noch ein paar bonbons umgewandelt habe nämlich genau 36 habe ich umgewandelt in xl bonbons dass ich 296 xl bonbons zusammen hatte mein problem ist ich habe in dem programm da steht stream starten und genau unten drunter aufnahmestarten wenn ihr aufnahme startet nimmt das genau jetzt das auf was ich gerade mache wenn ihr auf stream starten drückt macht das gar nichts dann ist das bereit dass ich auf youtube einen stream loslege und das hier übertragen wird ich habe also auf stream starten gedrückt und danach habe ich stream gestoppt und habe mich gewundert wieso ich keine aufnahme habe na klar weil ich nicht auf aufnahmestarten gedrückt habe so ist das video komplett weg ich möchte euch aber trotzdem zeigen welche drei pokémon ich gemaxed habe zuallererst also seemobs aber nicht irgendein seemobs wir haben uns ein walreiser genommen so walreiser haben wir hier eine hunderter armee die sind doch sogar von 16.03.2018 damals noch mit map alles hier in hittburghausen gefangen müsste glaube ich auch unten dran stehen kloster festrad thüringen 16.03 wunderbar 2726 und eins habe ich jetzt komplett gemaxed auf level 50 hatte 3000er marge überschritten das mein erstes level 50 pokémon immer noch mit seiner coolen marshmallow frisur habe ich mit dem bob damals so gefeiert auch aus römhild thüringen ich kann euch nochmal zeigen dass das ein hunderter ist so zack 100 sieht auf jeden fall gut aus über 3000 bp hat ungefähr 250.000 staub gekostet glaube ich mein allererstes level 50er pokémon dann ist mir was aufgefallen nachdem es diesen komischen felino cday gab ja habe ich einfach mal von selino selino felino 500 noch was xl bonbons gehabt ich habe das nicht auf dem schirm gehabt ich weiß nicht wie viele xl bonbons ihr habt aber ich habe über 500 xl bonbons einfach so gehabt von felino habe mir also ein felino genommen und habe natürlich ein morlord gepusht hier ist auch ein shiny hier ist ein gepushtes 100 prozentiges morlord was auch vom februar 2019 ist da freut sich der ismo das ist nämlich auch eines seiner lieblings pokémon da musste ich keine bonbons investieren das hat glaube ich auch 250.000 staub gekostet oder so kann sein und ja habe ich jetzt gesagt ich musste keinen staub investieren da habe ich also einfach die xl bonbons die da waren genommen und habe das zweite pokémon auf level 50 gezogen ein nutzloses warlord was macht man damit nichts und dann was ist das dritte event pokémon was einfach überall sitzt es sitzt sogar schon hier wieder auf der karte natürlich schneebedeck und bei schneebedeck wollte ich es ganz cool machen ganz gechillt ich habe einfach 260 dann sind wir ja wieder bei 36 ich hatte weniger gut wir haben xl bonbons von schneebedeck gehabt und ich konnte noch mal circa 40 umwandeln von schneebedeck weil das gerade ja auch überall sitzt habe also ein schneebedeck genommen beziehungsweise ein hunderter nämlich das hier das rex blizzard mit 100 und habe das hoch gezogen auf level 50 das kommt so also auf 2670 und weil das noch nicht besonders genug war habe ich mir gedacht ich habe zwar schon ein paar mega rex blizzard mega rex gemacht aber ich habe das noch nicht entwickelt gehabt sprich ich versuche ja jedes mal wenn ein neuer mega rey da ist einen mega rey im video festzuhalten den zu machen und gleichzeitig möchte ich den mega decks auch füllen was ist denn hier mega und ich hatte überall alles voll immer mit männlich weiblich shiny männlich weiblich shiny männlich weiblich shiny lucky gibt es ja bei denen nicht außer bei mega rex blizzard da war noch gar nichts also habe ich gedacht wenn ich schon mal dabei bin und ein rex blizzard auf level 50 ziehe mache ich auch gleich die mega entwicklung mit und wie immer möchte ich natürlich ein männliches entwickeln ein weibliches entwickeln und ein shiny entwickeln und das hat bei rex blizzard so gut gepasst dass ich gerade aktuell das habe ich natürlich als zweites gemacht ihr seht das aber jetzt als erstes jetzt muss ich es nämlich andersrum machen für 200 mega energie habe ich das level 50 gemäxte 100% rex blizzard zu mega rex blizzard gemacht und obwohl das zweite mal das entwickeln ja nur 40 gekostet hätte habe ich mir dann das shiny genommen und habe das shiny für 200 mega energie auch noch entwickelt so habe ich diesen männlichen eintrag bekommen und ich habe hier den weiblichen eintrag bekommen ich habe ein hunderter und ich habe ein shiny wenn ich nur das weibliche genommen hätte und entwickelt hätte hätte ich trotzdem das shiny zeichen auch schon gehabt ich weiß nicht warum das so ist immer ob das gewollt ist ob das ein bug ist oder wenn man halt ein shiny rex blizzard hat wird das bei mega rex blizzard auch einfach mit angezeigt ich dachte man muss halt ein shiny entwickeln dass das shiny symbol bei mega auch dran ist man muss ein männliches entwickeln dass das männliche dran ist und das weibliche dass das weibliche ist jetzt seht ihr das kommt auf 3740 ist aber kein level 50er pokémon und damit ihr wenigstens noch eine entwicklung hier seht ich noch 90 energie übrig habe möchte ich das jetzt wieder zurücknehmen das männliche shiny und nochmal für euch das weibliche hunderter entwickeln merkt euch 3700 und wenn wir das weibliche hunderter entwickeln kommt das nämlich auf sage und schreibe ich meine das zählt ja auch für die medaillen wie oft man mega pokémon entwickelt hat ist eigentlich sinnlos aber das kommt auf 3942 und das ist auf jeden fall richtig brutal ist auf level 50 geht auch nicht weiter höher extra fürs video für euch jetzt gemacht wie findet ihr mega rex blizzard haben wir also gleich die zwei pokédex einträge davon noch geholt fürs männliche fürs weibliche drei pokémon gepusht auf level 50 bei der level 45 spezialforschung muss ich immer noch ein paar kämpfe in der go kampf liga machen die muss man aber nicht gewinnen da reicht es wenn ihr kämpft selbst wenn ihr verliert zählt das dazu mache ich dann bei gelegenheit und da wir fertig waren kam der level aufstieg auf level 47 und ich kann euch auch jetzt nochmal die voraussetzungen für level 48 zeigen die punkte sind auf jeden fall da 21 millionen bräuchte man wir sind bei 232 millionen von 21 millionen und dann eigentlich nur buddy aufgaben weil er haltet zehn souvenirs von deinem kumpel wenn du mit ihm läufst oder so findet er ab und zu souvenirs okay verdiene 300 herzen mit deinem kumpel füttern laufen raiden interaktion kumpel kumpel hier laufe 200 kilometer mit deinem kumpel in dem wenn du die aufgabe machst schon alleine findet er ja gleichzeitig auch souvenirs und verdient herzen also du müsstest dich nur auf das laufen konzentrieren und würdest die anderen nebenbei so schon fertig machen und erhalte acht mal die wöchentliche 25 kilometer abenteuer sinkbelohnung ich habe erst gedacht das sind 50 aber entweder habe ich wieder mal nicht zugehört keine ahnung sind nur 25 aber trotzdem das auch acht mal acht wochen lang 25 kilometer deswegen dauert es auch so lang level 48 deswegen ist auch noch keiner level 48 wusste ich nicht ich habe mir das nicht angeguckt vorher ich lasse mich immer überraschen von den aufgaben trotzdem wie weit seid ihr bei welchen aufgaben hängt ihr gerade seid ihr überhaupt schon level 40 die die schon level 40 sind lasst ihr es langsam angehen seid ihr immer noch bei den 30 raids für level 41 oder hängt ihr bei den acht wochen seid ihr schon bei der hälfte wie lange dauert es noch wer wird der erste sein aus meiner liste auch von den 47ern der level 48 erreicht das war es jetzt aber von meiner seite level aufstieg auf 47 hat also geklappt ein raid gemacht als allerletztes mit sechs verschiedenen pokémon rigi ice raid gemacht als abschluss wir haben mega rex blizzard entwickelt das zählt schon wieder nicht man rex komm her wir haben mega rex blizzard entwickelt wir haben die pokedex einträge von den beiden noch geholt wir haben drei level 50er pokémon gepusht wie gesagt rex blizzard moorlord und walreiser was waren eure drei level 50er pokémon habt ihr wirklich nur trash pokémon gehabt weil ihr von jedem einfach immer die bonbons aufhebt oder habt ihr so komisch wie ich immer entwicklungssessions gemacht und deswegen keine bonbons von nix nicht mal nicht mal evoli andere haben 20 30.000 evoli bonbons ich halte gar nichts keine ahnung ich musste jetzt bei dem event das mitnehmen das hat mich auch nochmal aufgehalten das war es aber jetzt von meiner seite aus das mega rex blizzard freut sich schon und begrüßt euch noch wir sehen uns dann abends im chill mit ramses livestream wieder dienstag die spotlight stunde mittwoch raid mania am wochenende ho oh raids für zuschauer da freue ich mich auch schon ganz gespannt drauf wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin peace out vorhaut euer ramses und ich hoffe jetzt hat's geklappt aufnahme stoppen das sieht gut aus ich kann nicht mehr ich bin fertig mit der welt einfach nur ich glaube ich muss einfach mehr bier trinken dann da hat man die konzentration fehlt einfach manchmal vielleicht waren die raids für zuschauer heute auch einfach zu viel aber es hat trotzdem spaß gemacht wir sehen uns auf jeden fall abends wieder bis dahin peace out vorhaut euer ramses abends 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 abends